Wir schenken überflüssigem Spielzeug ein zweites Leben und in ihm tauscht 1'000 Franken. Bringen Sie uns bis am 28. Februar Spielzeug und wir rechnen Ihnen einmalig 1'000 Franken an den Kauf von einem neuen BMW an. Und das Beste an dieser Aktion, ein Satz Winter Kompletträder, ist auch schon dabei.